Dürfen wir vorstellen, das ist die zweijährige Rania. Rania kommt aus dem staatlichen Tierheim zu uns und leider haben wir keine weiteren Informationen über sie, außer dass sie auf der Straße gefunden wurde. Anfangs war die 30 cm hohe Hündin sehr überfordert mit dem Menschenkontakt auf der Pfötchenfarm. Sie beobachtete alles lieber aus sicherer Entfernung. Doch irgendwann sprang die kleine Hündin über ihren ängstlichen Schatten und ging auf die Menschen zu. Wenn man Rania also heute mit einer ruhigen Art gegenüber tritt, dann freut sich die Hündin sehr über die Aufmerksamkeit und die Streicheleinheiten, die sie bekommen kann. Und auch mit anderen Hunden kommt Rania super zurecht. Wir können uns sie sehr gut als Zweithund vorstellen. Wenn du dich in die kleine Maus verliebt hast, dann findest du einen Link zu ihr in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf deine Anfragen. Wenn du dich in die kleine Maus verliebt hast, dann findest du dich in der Videobeschreibung.